Willkommen bei der Wittbrod & Engels GmbH, Ihrem Malermeisterbetrieb aus Duisburg. Unser Ausbildungsbetrieb erfüllt mit handwerklichem Geschick und innovativen Einfällen Ihre Wünsche fürs Zuhause, das Büro, die Lagerhalle oder eine Schule. Ob einfache Malerarbeiten, Tapezieren, Spachteltechnik oder Betonoptik, wir kennen uns aus mit moderner Wand-, Decken- und Bodengestaltung. Aus unserer Werkstatt in Duisburg sind wir zuverlässig und schnell bei Ihnen vor Ort und sorgen dafür, dass Ihre Räume und Fassaden einen neuen Anstrich bekommen. Dabei sind uns individuelle Betreuung und Beratung stets besonders wichtig. Damit Ihr Gebäude auch von außen strahlt, bieten wir Ihnen Fassadenarbeiten inklusive Gerüstbau. Wohnhäuser, öffentliche Gebäude oder Unternehmen gestalten wir von innen und außen nach Ihren Vorstellungen. Neben Streichen, Spachteln, Tapezieren und Lackieren übernehmen wir auch Wärmedämmung, Verglasung oder Bodenverlegung. Sprechen Sie uns einfach an! Sprechen Sie für weitere Informationen gerne unsere Webseite unter www.maler-duisburg.eu Sprechen Sie für weitere Informationen gerne unsere Webseite unter www.maler-duisburg.eu